Du hast deine Dreckkiste zur Essenskiste gemacht, wie lecker. Ja, ich hab den Dreck auch vorher rausgemacht. Hallihallo meine lieben Mitzhocker und Mitzhockerinnen, hier ist wieder euer Nuturka aufs Brot und dabei ist auch unser kleiner Hasebär, der Kinsi. Hallöchen, ihr lieben Mitzhocker, Leute bei euch. Alles klar, schleibt's in die Kommis, alles Knorkels. Übertreibt doch einfach, Kinsi. Ja, mach ich doch immer. Oh, hier mach ich mal nur ein Stein hin, ich hab nicht mehr so viele. Ich hab nicht genügend Cobblestone, alter Schwede. Willst du mich verarschen? Ich hab gerade so wenig Cobblestone hier. Achso, nee, ähm, wir müssen ja auch sorgen dafür, dass da kein Monster spornt. Und außerdem muss ich dafür sorgen, dass die Musik mich nicht nervt. Oh, haueha. 19% Musik und immer noch so laut. 6% ist genau richtig. Oh, ist die traurige Minecraft-Musik. Oh, schön viel Futter nochmal gemacht. Oh, ich hab noch eins vergessen. 4? Nein. 4 mal 6 ist zu viel. Mist, ich brauch noch Fackeln und ich muss sowieso den Cobblestone wegbringen. Fackeln hab ich noch welche. Ja, magst du mir noch ein paar geben? Ne. Und wenn ich bitte sag? Bitte? Ja, okay. Bitte? Bitte? Hose runter. Hm, nein. Bitte nicht. Nicht schon wieder. Wo ist er? Wo ist er? Nicht schon wieder, Herr Pastor. Bin noch ganz wund vom letzten Mal. Ne, sind noch mehr Fackeln. Willst keine mehr? Ne, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut. Lass das Feuerwerk, sonst stürzt mein Client ab. Verdammt, der hat meinen Plan durchschaut. Ist da noch Platz in der Cobblestone-Kiste? Ne, ist da noch Platz im... Was brauchst du? Doch, ich will nur mal... Wenn du noch Cobblestone brauchst hier im Output, ist auch noch Cobblestone. Ne, ich pack grad nur weg. Ich muss was loswerden. Wenn du was loswerden willst, hättest du es besser hier bei den Dings bei uns gebracht. Hütsch, flütsch. In den Flützer. Schmelzer? In die Schmelze. Stein. Die läuft doch mit Cobblestone. Lava? Achso, da vorne. Ja, ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Warum nehme ich jetzt drei Stacks Erde mit? Mal gucken, was ich noch mache. Ach, weil ich nicht. Müssen wir eigentlich... Und Client Reward schon wieder. Ach ja, ich habe ja wieder Zombies geführt. Müssen wir eigentlich... Ähm... Änderperlen pflanzen? Änderlilis zu kriegen oder was? Hä? Ne, Änderlilis. Geht nur mit Änderlilis, ne? Ja, klar. Achso, und die erntet man wahrscheinlich auch. Und wenn man die dann im Crafting Table hat oder so. Ah, wahrscheinlich ist es so, ja. Ja, ha, ha, ha. Klick hier to open the party window. Jetzt kann ich die Party, das Party window öffnen. Ja, ich konnte das auch das letzte Mal öffnen, aber irgendwie ist da nichts passiert. Wolfram ist Owner. Du bist Owner. Ja, aber ich kann es nicht ändern. Okay. Guck jetzt extra nochmal rein. Äh, wie war das da? Oh, kann ich open. Party list, party list, resonant fluxcapacitator, party list, endothermic pump, mhm. Geisolated. Null Players. Ja, ja, claim Rewards for zombie killing. Die Gewinner. Jetzt sagt nur Toko gleich viel, jetzt geh jetzt mal in die Strongboards, bring mal jetzt mal das halbe Herz weg. Ja, genau. Bakeware Mixing Bowl. Nein, ich... Ich widme mich jetzt mal dem nächsten Queststrang. Hä? Und werde ein bisschen was craften. Ah, jetzt funktioniert F7. Bakeware. Bricks oder Glas? Jo, Glas haben wir ja genug. Easy peasy. Mach ich sowieso nicht mit einer, wer macht. Aber das reicht doch nicht bis da. Und wenn ich das vielleicht so... So. Nein, das geht nicht. So. Wahrscheinlich muss ich dann noch in eine Mitte packen. Eine in der Mitte, meine ich, packen. Ja. Mach jetzt hier mal ein bisschen Ordnung rein. Da auch, verstehe ich nicht warum. Ach so. Jetzt verstehe ich. Na gut, dann... So. 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 Ja, das geht. Das war doof, aber geht. So kennt man ihn. Ähm. 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 Das ist allerdings wahr. Ähm. Da ist meine Gießkanne da. Ähm. 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 Ich wollte es nicht wissen. Dann mach ich noch eine Mixing Bowl. Dann haben wir schon wieder eine Quest fertig. Oh, dann sind wir doch noch mal eine Pilze gewachsen. Oh, dann sind wir doch mal eine Pilze gewachsen. Mixing... Ähm. Also. Ich weiß zwar nicht, wofür die sind, die Pilze. Vielleicht sollte ich einfach mal U drücken, wenn ich... ein Inventar habe. Dann würdest du es zumindest rausfinden, ja. Ups. Oh. Ah. Glowshroom Stew. Dafür brauch ich aber noch Purple Glowshroom. Mixing Bowl. Was ist denn Glowshroom Stew? Kann man das noch weiterverarbeiten, oder was? Keine Ahnung. Oh, es wird dunkel. Nee, gar nicht. Keine Ahnung. Dafür muss ich wohl noch ein bisschen Müthilium opfern. Juhu. Ah. Es ist schon alles erledigt. Gut, was wollte ich denn jetzt? Ach ja, ich brauche eine Hull. Kann ich da nicht sagen. Ich habe vergessen, eine Hull mitzunehmen. Die mir gerade fehlt. Wir lesen uns jetzt mal hier das Quest durch. So, you are starving. Perhaps better foods might last longer, and fill you up faster. There are several cooking implements. We're processing raw ingredients into components that can combine into better quality meals. Using a Juicer with some apples will increase the amount of hunger required when eating. Ja. Gar keine Truhe für Bienen sehe ich gerade. Cooking. Muss ich mal noch eine machen? Also, Juicer, Mixing Bowl and Bake Ware. Ja. Oh, da hätten wir am Anfang schön einfach Eisen kriegen können. Mhm. Naja, egal. Ich habe mal eine Kiste für Bienen gemacht. Ich habe nämlich ein Serum bekommen. Ich glaube, das wäre für Bienen. Bin mir aber nicht sicher. So, nächstes Quest. Further meals require more sophisticated cookware. Look up meal in NEI to see the many food types you can make. Cutting board. Skillet pot. Okay. Fangen wir mal an. Sag mal, hast du irgendwann magisches Holz bekommen? War da nicht mal was? Mhm. Das ist kein magisches Holz. Sondern? Ganz normales Holz, ne? Habe ich auch gerade bekommen. Willow wood. Lärchen wood. Äh, Lärchenholz. Kapok, Leim, Leiser, Dirt sowieso. Teakholz. Da können wir uns eine schöne Terrasse von machen. Teakholz. Ja, genau. Ja, benutzt man gerne mal Teakholz. Wenchwood. Ich benutze dich auch gleich. Oh Mann, immer benutzt du mich. Dir macht's wohl Spaß. Oh yeah. Ach, das freut mich. Ähm. Ultragate. Äh, kann man, kann man Müs... 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 Pilzgeflecht sieben. Hallo. Hahaha. Ja, sprich weiter. Kann man Pilzgeflecht sieben? Brrrr, ich hab's noch nie probiert. Läuft der Sludge Boiler nicht? Ach ne, der läuft tatsächlich nicht. Doch, der läuft, aber irgendwie schickt da nichts los. Ja, vielleicht weil die Kiste voll ist? Ne. Ich glaub... Der arbeitet nicht. Also der... Der leuchtet nicht. Der... Ups. Jetzt. Vielleicht wollte der dich erst vergiften. Naja, ich glaub auch, dass er das wollte. Aber wenn er eben nicht gearbeitet hat, müsste er jetzt voll sein. Der ist komplett voll. Der Sludge Tank auch. Weil wenn er aber jetzt wieder arbeitet, dann kriegen wir nochmal einen Schwung Items gleich. Aber der arbeitet ja nur einmal am Tag, das Ding. Ja, ist doch super, ich arbeite auch nur einmal am Tag. Ja, aber dafür gleich 8 Stunden. Reicht mir auch vollkommen. So, nächstes Quest ist fertig. Kann man noch direkt ran an den autonomes... Ne, warte mal, ich kann ja auch direkt ran ans Sieb. Ja. Müsstest ein Quest abzugeben haben. Ne, man kann kein Pilzgeflecht sieben. Dafür bekommst du ein volles Herz. Aha. Wow. Ein roter Hering. Ich habe einen roten Hering bekommen. Whatever. Aber du bist aber hier am kochen jetzt, hm? Vorwurf. Naja, wir müssen ja irgendwie die Zeit hier rum bekommen. Ja, stimmt. Fische, Fische, Fische. Komm, Fischi, Fischi, Fischi. Oh, du bist ein kulinarisches Genie, mein Freund. Ja, wirklich geil. Ich kann Kuli. Ha, 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 ha. Beiß it ab. Oh, da kommen aber schon jetzt ein paar mehr raus. Wir brauchen Milch. Wir brauchen Fische Milch. Ich hol die Milch. Käse. Salz. Butter. Und eine Heavy Cream. Ich mach die Heavy Cream. Wir brauchen ja zweimal Milch, wenn wir auch noch einmal Käse machen sollen. Keine Ahnung. Bist du drin, oder? Ja. Ich hab jetzt zwei Milch... Einmal. Ach ne, die ist ja grad gemolken worden. Ich melke mal das Pferd. Geht nicht, aber... Das macht komische Geräusche, wenn ich das versuche zu melken. Die musst du nur einmal melken. Aus einem Eimer bekommst du vier Milch Buckets raus. Ach so. Gut. Soll ich dir das übergeben? Mach das mal in dein Crafting Menü. Ne, mach mal in dein Crafting Menü. Hab ich schon. Hast du. Bitteschön. Dann hast du nämlich viermal Fresh Milk draus raus. Das ist ja interessant. Das ist aber neu, ne? Das ist von der Mod. Ja, das ist halt dieses Essen-Gedöns. So, und dann gucken wir mal, wie ist Cheese. Ich hab immer noch keine Ho. Und ich hab schon wieder Pilzgeflecht dabei. Cheese. Wie geht das? Wo pack ich das denn? Cheese. Coconut Milk? Ne. Kann doch nicht sein. Passt zur Erde. Fresh Milk und Salz. Ok, wir brauchen Salz. Und Salz gab's, glaub ich, ganz einfach. Erde brauch ich auch. Ne? Salz? Nether Salz Ohr? Ganz normales Salz? Oder? Ja, hast du Salz? Ja, guck mal in die Sludge Kiste. Oder warte, ich hol dir was hoch. Ich bin grad hier. Bin ich grad am wundern. Ich hätte irgendwie schwören können, dass es da ein viel einfacheres Rezept gibt. 12 Salz? Ne, Quatsch. 64 Salz. Bring ich gleich mal mit hoch und dann machen wir eine Essenskiste oben. Zutatenkiste. Ok. Ja, da ist schon eine. Ach so. Im Keller? Oder mein Bett, die obere. Ne, ne, die obere. Ah, ist keine Dreckkiste mehr. Du hast deine Dreckkiste zur Essenskiste gemacht. Ne, ne. Wie lecker. Ja, ich hab den Dreck auch vorher raus gemacht. Wie lange musst du es noch haben? Oh, da ist noch Spider-RS drin. Die hol ich mal raus. Hast du Salz gesehen? Ne, gar nicht mal so lange. Ja, aber ich weiß nicht, ob das da funktioniert. Guck mal. Ok, also Pot brauche ich dafür. Salz. Jetzt auch ein grüner Mushroom drin. Und... Ja, es geht. Sehr schön. So, ok, weiter im Text. Was brauchen wir noch? Butter. Salz haben wir jetzt natürlich auch. Hast du die Reifung beschleunigt, indem du es in deine Hose gepackt hast? Richtig. Sehr schön. Du weißt, wie der Hase läuft. Butter ist einfach das Beste. Oh, was macht das Huhn denn hier? Da brauchen wir... Heavy Cream brauchen wir doch schön. Für die Feder. Und Salz. Schauen wir mal, wie Heavy Cream geht. Hier hinten spawnen Schweine. Mixing Bowl. Aber sonst nichts. Und Milch. Okay, das kriegen wir hin. Mixing Bowl. Ho, ho, ho. Ich habe keine Ho gemacht. Was ist das denn? Where are the Hoes? Where are the Hoes? Okay, jetzt Butter. Heavy Milk. Salz. Und... Toast Pan. Haben wir die Soast Pan schon? Nö, die musste ich noch nicht herstellen. Warum haben wir die noch nicht? Holz. Weiß ich nicht. Das ist aber frech. Wenn du mal Äpfel brauchst, ich habe gerade 63 beim Plantakiste rausgeholt. Okay. Aber ich brauche gerade keine. Ne, ich pack sie die in die Essenskiste. Vielleicht brauchst du es ja irgendwann mal für ein Rezept oder so. Dose Pan. Oh, ein Full Heart. Ein Iron, ein Stick. Okay. Ja, gleich konsumieren, ne? Ja. Ja, klar. Wie immer. Ein Iron. Ah, ja. So viele Quests wie heute haben wir, glaube ich, schon ewig nicht mehr gemacht. Ja, das ist aber auch die Anfangsquests. Also am Stück. Einfach, ne? Ja, gut. Aber trotzdem. Ähm. Mö, 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 mö. Ich habe Holz. Gut. Dann mache ich mir da hinten noch eine Crafting Station und ein kleines Haus. Ich mache das Haus in der Mitte. Ja. Ja, ein Holzhaus. Ein Stick. Ah, andersrum. So. Ich habe auch voll Bock zu bauen. Butter. Ich habe Butter gemacht. Schön. Können wir jetzt die Quest abgeben? Quest. Abgeben. Ähm. Äh, ja. Claim Reward. Oh, 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 oh. Es gibt Kirsch, äh, Marmeladensandwich als Belohnung. Mmh. Mmh. Und ein volles Herz. Mmh. Läuft bei uns. Mmh. Was? Schon wieder ein volles Herz? Achte darauf, was das ist, das volles Herz, ne? Volle Herz. Ja, aber das letzte Mal habe ich auch drauf geachtet. Es steht nicht da. Also bei mir stand es dabei. Wie sau. Kannst du hier mal ein extra live Hardcore Questing und alles klar. Vielleicht steht es nicht bei jedem dabei. Oh, die erste Lily hat 53%. Sehr schön. Oh, das Brot ist ja mal genial. Wie viel heilt das? Oh, vier. Oh, 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 oh. Schmeiß die Puffis in den Club, ey. Ja. Geile Kacke. Okay. So. Oh, hier können wir Eis machen. Smoothies und Ice Cream can be made by mixing Snow and Juice. Oh, wir können bald Ice Cream machen. Schön. Ein Glacial Precipator. Whatever. Eine Eismaschine halt. Glacial. Was brauchen wir da? Oh, da brauchen wir schon Schnee. Ah ne, da brauchen wir Wasser. Wasser geht auch. Haben wir noch einen Redstone Coil unten? Weißt du das? Ähm, ich meine da wäre noch einer. Ja, ich mal gucken. Lunds. Technik. Hm, nein. Haben wir leider keinen mehr. Oh. Oh, oh. Oh. Oh, oh. Haben die anderen schon aufgehört aufzumalen? Weiß ich nicht. So aus. Wird schon wieder dunkel. Ah, ich kann doch nicht schlafen. Das war doch ein kleines Haus hier. Gold, Redstone, Redstone. Okay, kriegen wir hin. Das wird eine Scheune, will das? Eine Scheune. Alu, Klaas. Ja. Dann brauch ich jetzt Redstone. Zwei Tück. Oh, wir haben so viel Redstone momentan. Wir haben jetzt noch 44 Redstone. Was? Das läuft. Ja, weil wir uns endlich mal daran gemacht haben und das zu sieben. Ja, und weil ich dieses Redstone aus dem Nether mitgebracht habe. Das hat ja allein 24 gegeben. Stimmt, das habe ich schon wieder ganz vergessen. War auch ganz gut. Kann ich mir vorstellen. So, Reception. Warte mal, die wollte ich eigentlich wegmachen. Dann mache ich was anderes hin. Alter, ich bin echt schon so krass schnell in diesem Gecrafte. Das ist echt ziemlich pervers. Ja, finde ich auch. Reiß dich mal zusammen. Nein. Du hast doch auch was davon. Ja, das stimmt. So, ich opfer mal das, äh, was ist denn das? Cherrywood. Mal gucken, wie das aussieht. Cherry, Cherry Lake. Oh, schön, ja. Das nehme ich. Das entspricht nicht gerade dem goldenen Schnitt, aber egal. Ach, das ist der goldene Schnitt? Ja. Was ist das? Ein harmonisches Verhältnis. Zweier Längen. What? Ja. Das ist doch eh total überladen. Macht doch heute keiner mehr. Was? Natürlich. Weil du es alle sehen. Nein. Natürlich. Ach, du hast doch keine Ahnung von nix. Ah, doch, doch. Doch, das macht man. Nein. Das ist doch viel zu langweilig. Warum? Weil die Leute heute eher hingehen und machen das so ein bisschen, so, so, so. So 3 zu 6, das ist heute eher angesagt. Oder 4 zu 5. Na. Na. Doch. Na. Doch, doch. Na. Noah. Ich habe einen Kollegen, der ist Maler. Der sagt mir so symmetrische Sachen, das ist nicht mehr sehr gefragt. Echt? Das ist ja auch nichts mit Symmetrie. Das ist ja ein harmonisches Verhältnis. Nein, das ist nicht symmetrisch. Na ja. Ich kann ja auch gleich mal ein harmonisches Verhältnis. Das sind drei rein. Das ist... Hinterhoch. Na. Ah, doch. Na. Verdammt, wir brauchen aber nochmal Eisen. Schmelz mal ein bisschen Eisen ein. Ähm. 1, 2, 3. Slapdach oder lieber... Kein Slapdach. 18. Ja, 18 Eisen kann man mal einschmelzen. Ey, fuck sagt man nicht. Entschuldigung. Ich guck ein Kind dazu, du darfst nur Pimmel sagen. Okay. Pimmel, 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 Pimmel. Du musst es wieder übertreiben. Ah, jetzt muss ich aufs Iron warten, ey. Ich könnte bestimmt noch eine Quest zu Ende machen, aber nö. Hm. Wo sollen wir denn die Eismaschine hinstellen? Guck doch mal in die Kiste, da war doch noch eben Iron drin. Wir haben noch Iron by Quest für Logo genommen. Also... Ja, aber ich habe gerade sau viele Iron benutzen müssen. Ach so. Übrigens, wenn zwei halbe Herzen in dieser Box drin sind, darfst du da draus Rufusen Ganzes machen. Och, hatte ich gerade keinen Bock drauf. Ja, ja, ist klar, wie immer. So, wenn ich da jetzt eine Kerze rausmache. Oh, das Miststück. Dann ist da immer noch kein Licht, dann mache ich da auch noch Kerzen drauf. Wuhu! Alter, ich bin gerade wieder ins Kronter gesprungen. Mit dem Golden Bag of Holding. Mit allem. Boah, Alter. Reiß dich zusammen, reiß dich zusammen. Wir müssen dieses Bag, äh, dieses Gap da irgendwie auffüllen. Ah, drei? Egal, dann mache ich keine Tür da rein. So, Crafting Station. Dann kommt da noch ein, zwei Küsten rein. Haben wir denn hier noch? Wir? Kein Eisen mehr. Nee, aber noch Lapis Lazuli. Fünf. Ich bin ein Lapis-Junkie. Ha. Da war auch noch Lapis. Lapis! Lapis, das ist Französisch und heißt die Pisse. Okay. Okay. Hä, was? Okay, okay. Was? Sag mal, können wir Wasser eigentlich gelb färben? Nein. Schade. Sonst hätte ich da das Feld weggenommen und da was anderes hingebaut. Unser Möhrchenfeld. Vielleicht, vielleicht gibt es einfach eine weiße, äh, eine gelbe Flüssigkeit? Vielleicht. Who knows? Vielleicht. Sechs Kisten. Aber damit es schön aussieht. Ach, scheiße, geht nicht. Ah, fuck. Das Eisen einschmelzen hat nicht geklappt. Weil wir irgendwas anderes in der Schmelze haben, was sich damit verbindet. Ja. Das Leiden kenne ich. Ah, da oben mache ich die hin, genau. Dann machen wir's oldschool. Oldschool, alter, oldschool. Joink. Was? Keine Kisten mehr. Egal. Muss reichen. So, dann kommt da jetzt das Holz rein. Und dann kann ich langsam mal die... Ah, ich brauche ja noch eine... Ho, ho, ho. Ho, 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 bitches. Scheiße. Den Crafting Table setze ich auch noch einen darüber. Dann hat er nämlich Zugriff auf die untere Kiste. Und das ist natürlich jetzt in der oberen Kiste. So. So. Sugarcane. Naja, mache ich auch gleich. Wasser muss ich gleich nochmal eine unendliche Quelle machen. Das ist nicht das Problem. Ach ja, Kappaflöck. Oh, das ist eine Idee. Aber dann brauche ich nochmal Stein. Oh, die Schweine. Oh, sieht das süß aus. Machst du gar nicht umhauen. Doch, tötet es. Doch, tötet es. Nee, mache ich nicht. Ich brauche Kappelsturm. So, Eismaschine ist fertig. Und wir müssen... Oh, noch mehr Holz. Was? Also, meine sehr geehrten Zuschauer und Zuschauerinnen, danke, dass ihr heute zugeschaut habt. Es war einiges los. Es gab Marmeladenbrote, Eismaschinen, die in der nächsten Folge in den Einsatz kommen und, und, und. Also schaltet das nächste Mal wieder rein. Vielleicht gibt es auch für euch ein Eis. Macht's gut. Tschüssi. 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 Um. Haha.